Tja es hilft nichts? Ich hab nicht immer das viesper Problem hier. Kann man das? Das Bispost Alien, kann ich mir lösen. Ich hab den Code ich hab das. Ja, mach yer me Feuer Mach mal Feuer. Wo hess denn zünderf?" ...ein kleiner Feuerzauber kann nicht schaden. Ignifaxius, Ignisfero das wasser im eimer ist zu eis gefroren immer bladern ich brauche information vielleicht können wir die knolle helfen was weiß man was haben wir denn da doch der aushang doch der mager vielleicht können wir die der höfung hallo zelof wilbur sei gegrüßt wegen jorge kennst du dich mit einer konstruktion von golems aus wenn du magier bist weißt du dann wie man golems baut habe mich nie damit beschäftigt doch hast lang versucht golem zu bauen warst nur zu bescheuert das ist gänzlich unwahr das waren nur spielereien also ich will einen golem bauen und ich kenne auch die richtige beschwörung formel kannst du mir helfen ich nein ich will damit nichts zu tun haben ja was flüstert ihr da ich mag keine flüstereien hinter meinem rücken haben grump und du viele geheimnisse voreinander nicht sonderlich ich mag es nur nicht wenn grump etwas hinter meinem rücken aus tüftelt meistens endet das in einer katastrophe vielleicht bist du zu streng mit ihm heute nachmittag wollte er mit küchenmessern jonglieren ich habe es gerade noch rechtzeitig gemerkt ist er nicht lieb nein hätte es nicht und es sind auch meine finger ich habe ja auch allen grund dazu das gasthaus die viele arbeit und dazu muss ich noch babysitter spielen vor lauter schimpfen habe ich die zeit vergessen und bin nicht mehr rechtzeitig zur bäckerei gekommen alles deine schuld grump was wolltest du denn bei der bäckerei die bäckerei oben bei der wache zu der gehe ich auch gerne oh sie haben diese wunderbaren pralinen ich gönne mir jeden abend eine oder zwei man sehen es läuft ganz schön fett geworden sein erstens stimmt das nicht und zweitens ist es frust speck weil ich mich mit dir abgeben muss wegen der sache mit jorge und dem ihm mal richtig eins auswischen ja ich befürchte das hat nicht so richtig geklappt tut mir leid ich hatte auch nicht viel hoffnung und selbst wenn jorge ein paar schläge auf die finger bekommen hätte jemand anderes wäre gekommen und hätte seinen platz eingenommen es ist das system das nicht funktioniert kaputt die händler stecken unter einer decke und sprechen die preise ab wiedersehen sloth auf wiedersehen grump hallo grump oh willibur willibur pst grump was wolltest du mir sagen ich sagen wollte ihr flüstert ja schon wieder wenn wir lauter sprechen sloth uns hören tsch hört einfach auf hinter meinem rücken zu flüstern in ordnung gut leid tun wollen alkoholfreien trink als tschuldigung oh nein einmal konntest du mich vielleicht mit alkohol ausschalten aber nicht nochmal grump hat dich mal mit alkohol betäubt sloth werden todmüde schon vom klitzekleinem fingerhut von alkohol sloth wie kleines mädchen mit zöpfen ich habe eine alkohol unverträglichkeit oder vielleicht auch eine allergie tschüss grump tschüss grump tschau hmm naja mal schauen ob das erste schon aufgefahren ist mittlerweile hat das feuer das wasser im eimer schmelzen lassen sehr gut dann kann man sich da wenigstens glashand füllen ich habe es genau bis zur zwei centiliter markierung gefüllt ich wette er wäre aber der kleine kerl wenn ich nur wüsste tschüss grump doch einmal mit dem jahr gerade reden Was war das für ein Ding, das da vor uns geflogen ist? Ich kann mich noch mal sprechen, wenn das das war. Ja, aber was genau ist es? Ein Pisspott. Klang wie eine gute Idee. Wir statten Pisspötte mit Beinen aus. Dann müssen sie nie wieder selber laufen, um sie zu entlemen. Aber zum Teufel, warum geben sie dem Pott Beine, mit denen er flitzen kann, wie ein brennendes Wildschwein? Was sind die besseren Wildeisenwirke? Ach, ich bin ein Toto. Was sind die besseren Welt-Eisenwerke? Das sind die verfluchten Betrüger, die mir diesen unbrauchbaren Pisspott verkauft haben. Diese Weltverbesserer. Weltverbesserer? Ja. Haben nach dem Krieg Schwerter, Rüstungen und all das Zeichen gesammelt. Schwerter zu Pflugscharen, Helme zu Pisspötten und dieser ganze Kram. Das heißt, der Pisspott war früher mal ein Soldatenhelm? Wenn deinem verfluchten Generaten wir uns haben, wenn es nach mir geht. Jetzt ist der ein Pisspott auf der Flucht. Hm. Ein prächtiger Soldatenhelm, der zu einem Pisspott mit Beinen umfunktioniert wurde. Oh, Gott. Ich bin froh, dass ihm das nicht gefällt. Alles klar. Aaaaaah. Ich muss weiter, Jorge. Bis dann. Bis dann. Ich könnte mir in den Arsch pressen. In den Arsch. Aaaaaah. Naja. Ja, ja. Oh, na. Das krasst du's. Sie wussten wir es noch nicht an der Karte. Schnucke, ich weiß jetzt, was dir fehlt. Springen nicht. Du, du warst mal ein Soldatenhelm, oder? Und so wie du aussiehst, hast du nicht irgendwem gehört. Und jetzt hat man aus dir einen magischen Pisspott gemacht? Das ist ein beschissener Job. Ganz wörtlich. Ich kann schon verstehen, dass du weggelaufen hast. Du hast für das Gute gekämpft. Hast viel erlebt. Und jetzt? Wie wäre es, wenn du wieder Großes vollbringen könntest? Für deinen Oberbefehlshaber sogar. Ich baue einen Golem, der Erzmagier Alistair beschützen soll. Du kennst doch den Erzmagier. Er ist in Gefahr. Vielleicht stecken die Schatten dahinter. Aber auf jeden Fall eine dunkle Macht. Du könntest dem Golem als Beine dienen. Es wäre eine ehrenvolle Aufgabe. Also, bist du dabei? Abgemacht. Ich könnte mich am Arsch beißen. Ach, Gott. Was? Erst. Na ja, okay. Wir haben ja jetzt im letzten Video den Code erholten vom Lehrerzimmer. Und wie genau soll mir der Stadtschlüssel jetzt weiterhelfen? Cool. Alter. Din din. Fernbedienung. Din din. Ich kann mich neu speisen. Da im Schaufenster liegen die Pralinen, von denen Zloff erzählt hat. Zwei Seefels-Kleinunzen-Genuss pro Praline. Mit und ohne Alkohol. Warte mal. Was hat er jetzt gesagt? Ob Zloff mir mit dem Golem hilft, wenn ich ihm ein paar Pralinen besorge? Mit zwei Zentimeter oder was? Äh. Mit die zwei Seefels-Kleinunzen. Betrachter Abfluss. Fast jedes Haus in der Oberstadt hat einen Abfluss, der in die Kanalisation führt. In der Unterstadt sieht das anders aus. Viele Bewohner kippen ihr Abwasser einfach auf die Straße und vertrauen darauf, dass es schon irgendwie unten ankommt. Hm. Wir könnten eigentlich probieren, dass wir ein Ding mit uns hützen. Hey, Timmy. Glaubst du, du könntest einen Weg durch die Kanalisation in die Bäckerei finden? Klar, könnte ich. Und könntest du vielleicht eine Praline ausleihen? Nein. Hm. Aber ich kann eine klauen. Hm. Ich weiß nicht. Ich möchte dich nicht dazu anstiften, etwas Illegales zu tun. Es ist für Ratten nicht verboten, Lebensmittel zu stehlen. Man erwartet es geradezu von uns. Tatsächlich? Klar. Oder hast du schon mal gehört, dass eine Ratte wegen Mundraub ins Gefängnis geworfen wurde? Hm. Das stimmt. Dann los. Hoffentlich klappt's. Hm. Da ist Timmy. Er ist drin. Hm. Sieht aus, als könne er nur eine Sorte Pralinen mitnehmen. Nimm einen rot verpackten, nimm einen blau verpackten. Ho, 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 ho. Oh. Nimm mal rote. Eine rote. Er hat's verstanden. Er macht sich mit der roten Praline auf den Weg nach... ... oben? Was hat er denn vor? Wilbur! Da bist du ja. Die Praline! Fang! Jetzt du! Nicht nötig! Das ist ja nicht süß. Na, wie hab ich das gemacht? Große Klasse, Timmy! So, was haben wir denn jetzt eigentlich alles? Rot verpackte. Eine rot verpackte Praline aus der Bäckerei. Ich würde sie liebend gern essen. Aber ich glaube nicht, dass uns das weiterhelfen würde. Hm. Gut. Wir sind faktisch jetzt... ...müsstet man... ...die Schule normal. Normal müssen wir in die Schule. Beziehungsweise ins Klassenzimmer. Naja, wir haben so ziemlich alles. Wir haben so ziemlich alles. Die, da, 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 wir haben so ziemlich alles, glaube ich. Oder nicht? Segen wir dann eh. Kurze Abspecherung. Kann ich nicht schon. Wir haben so ziemlich alle Zutaten. ... ...betauchte die Archimie-Ecke. Tja! Freunde, gehen wir so. Betauchte Fläschchen. Mhm. Das heißt, wir müssen damals Wasser reingeben. das war es dann geben in ordnung zwei zentiliter wasser ins salz und schon habe ich die richtige menge krokodilstränen die konzentration stimmt vielleicht nicht aber ich habe noch nie gehört dass das in der alchemie eine rolle gespielt hätte auf die menge kommt es an immer auf die menge dann haben wir die parallelen wie hof das ist jetzt ja das hat sie gestimmt die augschale und das heißt und da ist da aber faktisch auf die es ja passt dann den rus also schön das gewicht wie genau drei seefels das heißt wenn auf beiden seiten das exakt gleiche gewicht herrscht habe ich genau eine seefelskleinunze in die schale gegeben und das wäre genau jetzt der fall das war jetzt genau der jetzt der fall das heißt das heißt ein roos ich bin ja selbst wenn sie aus in den top genau eine seefelskleinunze roos rein damit in den top zwei centiliter krokodilstränen das sieht gut aus krokodilstränen und ruß sind im topf fehlt noch der drachenschweiß gut dann müssen wir sie auch noch hin dann müssen wir sie jetzt tun der damal die dämmel die dämmel die dämmel die dämmel die dämmel.. dämmel den den clamp b denn die dämmel greifen die dem pandemm 9, 41. Korrekt. Ähm, solltest du dann jetzt nicht aufgehen? Ich kenne ihre Stimme nicht. Sie wurden mir von Direktor Bloch nicht vorgestellt. Aber ich habe den Code. Ich verfüge über ein zweistufiges Sicherheitssystem. Der richtige Code muss angegeben werden und dies muss in der Stimme eines mir bekannten Lehrers geschehen. Das wäre ja auch zu einfach gewesen. Hm, ja. Ich, ich muss weiter. Ich habe noch etwas unten in der Stadt zu erledigen. Mir egal, ich bin nur eine Tür. Naja, müssen wir den Code hören vom Herrn Direktor. Was kann ich für Sie tun? Kannst du Stimmen nachmachen? Kannst du Stimmen nachmachen? Ich kann über 17 verschiedene Vogelstimmen imitieren. Mir geht es aber eher um menschliche Stimmen. Tut mir leid. Ich verfüge nur über eine Stimme. Eine sehr schöne Stimme. Oh, natürlich. Ich kann allerdings Gespräche aufzeichnen. Sehr gut. Gespräche aufzeichnen? Wie meinst du das? Gespräche aufzeichnen? Wie meinst du das? Fantastisch! Fantastisch! Okay, du kannst jetzt aufhören. Wie funktioniert das mit dem Aufzeichnen? Ich kann jedes Gespräch aufzeichnen, das sie führen. Auf Wunsch spiele ich nur bestimmte Stellen der Aufzeichnung ab. Das heißt, wenn ich den Direktor dazu bekomme, 4, 60, 9 und 41 in irgendeinem Zusammenhang zu sagen, könntest du diese Zahlen in seiner Stimme wiedergeben? Korrekt! Hervorragend! Danke, aber welche Zahl? 4, 60, 9 und 41. Das sind die Zahlen, die wir brauchen. Wie ist der Stand? Es wurde noch keine der genannten Zahlen aufgenommen. Tja, das ist ja noch nicht so viel. Das ist alles. Ich frage dich später vielleicht noch mal was. Und ich werde vielleicht antworten. Tja, du hast also... Buskarte her, wird's aus. Und zum Herrn Direktor. Herr Direktor Bloch? Ja. Ja, ich kann nicht mehr nennen. Was denken Sie denn da? Können Sie einmal 9 sagen? Würden Sie bitte einmal 9 sagen, Direktor Bloch? Nein, warum sollte ich? Einfach so? Professor Wetterquartz, es mag sein, dass Sie Ihre Abende mit Albernheiten verbringen, aber ich bin gerne auch in den Abendstunden produktiv. Natürlich. Verzeihung. Ich hätte jetzt Lust auf ein schönes Zwergen... Zwergenstarkbier. Ich hätte jetzt Lust auf ein schönes Zwergenstarkbier. Sie nicht auch? Es würde Sie auf der Stelle töten, das wissen Sie. Ach, ich bin bei den Zwergen aufgewachsen. In der Garnisonskneipe hat der Kellermeister ständig Zwergenbier ausgeschenkt. Das ist streng verboten, sagt wer. Ausschankgesetz, Paragraf 9, Absatz 1. Zwergenstarkbier darf nur in speziell gesicherten unterirdischen Bunkern ausgeschenkt werden. Paragraf 9, sagt das? Paragraf 9, allerdings. Hm, das hat der Kellermeister wohl nicht gewusst. Ich werde gleich morgen früh eine Brieftaube schicken und vor der Gefahr warnen. Tja, wadda mei. Wo wurden Sie ausgeresetet? Was denken Sie? Ich habe dieses Klassenfoto. Diese Fotografie einer Schulklasse war im falschen Schrank. Ich würde sie gerne richtig einsortieren, weiß aber nicht wo. Zeigen Sie mal. Der Jahrgang steht doch groß und deutlich da. 1462. Ja, 62. Ah, danke für Ihre Hilfe. Ja, 62. Was trinken Sie denn da? Eine klare Flüssigkeit in einem Glas in einer Kneipe. Was kann das wohl sein? Wasser. Ähm, ja, warum nicht? Ein schönes Glas kaltes Wasser. Es ist warmes Wasser. Ich trinke jeden Abend zwei Gläser warmes Wasser. Das hilft der Verdauung. Warum trinken Sie nicht drei Wasser? Oder vier? Vier Wasser an einem Abend? Das wäre nun wirklich maßlos. Außerdem müsste man dann vermutlich nachts ständig auf die Toilette. Ja, vier Wasser sind einfach zu viel. Aber schön, dass wir einmal darüber gesprochen haben. Hm. Der Schatzmeister. Warum hat man ausgerechnet Sie zum Schatzmeister ernannt? Nun, ich denke, die Ratsvorsitzende schätzt meine korrekte Art und saubere Buchführung. Außerdem war ich, wenn ich das einmal ganz unbescheiden so sagen darf, in meiner Jugend mehrfacher Mathematikmeister. Danke, aber. Sie als ein Mathematik-Champion. Ich hätte da eine Aufgabe. Sie waren also in Ihrer Jugend Mathematikmeister? Mehrfach sogar. Hm. Dann sagen Sie mir, was ist... Naja, ich brauche jetzt noch eine Toilette, 41, ne? Das heißt, ich müsste mich jetzt blöd stellen. Das heißt, 65... 65 plus... 23 minus... 23 minus... 41... Also, ihr müsst euch also auf blöd stellen. Ja. 47. 41. Sind Sie sicher? Ich komme auf 40. 41, ganz sicher. Danke. Mehr wollte ich nicht. Ich muss weiter. Auf Wiedersehen. Wenn der Depp wüsste, was wir jetzt mit ihm gemacht haben. Naja, wurscht. Wir haben die zahlen. Die Stimmen an Erkennung. Wir haben die Stimmen an Erkennung. Was kann ich für Sie tun? Zeit für den Großenhof. Da saugt die Zahlen in Direktor Bloch Stimme. Würdest du mich und Direktor Bloch bitte einlassen? Ich habe nur Fußschritte von einer Person gehört. 4, 60, 9, 41. Oh, verzeihen Sie, Herr Direktor Bloch. Na also. Hm. Warum nicht gleich so? So, jetzt sind wir im Lehrerzimmer. Was haben wir da ist? Kamin. Ja, der weniger. Oh, kann man sich auch anschauen. Das Feuer ist drunter gebrannt. Sonst hätte Direktor Bloch es sicher gelöscht. Ich kann mir nicht vorstellen, dass er die Schule einer Feuergefahr aussetzt. Na, zunächst einmal müssen wir sowieso den Schaukasten nochmal anschauen, wenn man will. Entschuldigung. Ich weiß nicht, ob ich gerne mit so einem Besen fliegen würde. Ich habe etwas Höhenangst. Und wenn ich mir den Stil so ansehe, kann ich mir auch nicht vorstellen, dass man darauf allzu bequem sitzen kann. Rattenloch. War nicht schlecht. Da dachte ich den Schreibtisch. Ich schätze, alle leicht erreichbaren Akten hat Timmy sich schon angesehen. In einer von denen hat er den Code für die Tür entdeckt. Nimm die Schreibfeder. Der Direktor hat wohl nichts dagegen, wenn ich mir seine Schreibfeder borge. Na ja, vermutlich hat er schon etwas dagegen. Aber er muss es ja nicht erfahren. So, was haben wir da noch? Durchsuche die Schublade. Also schön. An dieser Schublade hat Direktor Bloch erromantiert, als ich ihn überrascht habe. Mh, ein kleines Fläschchen. Und hier ein Brief. Sehr geehrte Ratsvorsitzende von Buren, seien Sie sich meiner vollsten Unterstützung beim Wahlkampf gewiss. Dennoch muss ich Sie als Schuldirektor auf Paragraf 47 Absatz 6 der Schulordnung hinweisen. Werbung jedweder Form ist in der Schule verboten und ich muss darauf bestehen, dass das gesamte Schulgelände vom Wahlkampf ausgespart bleibt. Nun folgend die abschließende Inventurliste für das Erdgeschoss der Schule. Es folgt eine Liste aller möglichen Gegenstände, mit der Direktor Bloch wohl noch nicht ganz fertig ist. Hui. Ich bin beeindruckt. Der Direktor verbietet sich Werbung in der Schule, selbst wenn sie für den Wahlkampf der Ratsvorsitzenden ist. Ordnung und Gesetz stehen für ihn überpersönlichen Vorteilen. Hm. Und dennoch versucht er mich aus der Schule zu ekeln. Seltsam. Entschuldigung. Sonst war in der Schublade nur noch das hier. Eine kraglige, altmodische Schrift. Schwer zu entziffern. Drachenschweiß. Drachenschweiß. Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass der Direktor genau die Zutat für die magische Tinte in seiner Schublade hat, die ich sonst nirgendwo in der Stadt finden könnte? Glück muss man haben. Wir haben's. Wir haben's. Alles andere ist egal. Das ist egal. Das muss das Rattenloch sein, durch das Timmy hereingekommen ist. Mir war's heute Nachmittag gar nicht aufgefallen. Ich glaube, genau deswegen sind die Ratten so ein guter Geheimdienst. Niemand achtet auf sie. Tja, jetzt müssen wir da wieder zurück. Wenn wir das Drachenschweiß dazu geben. Drachenschweiß. Tja, wir haben den Miks zu turnen. Der Miks zu turnen Gulen. ja müssen wir nicht sagen wir können die gehen ob denn exon das über gut ich gebe exakt drauf tropfen vom drachenschweiß in den topf so fertig kommen alle zutaten sind drin jetzt noch ein wenig umgerührt und da magische tinte da der meistermixer und eine torführung der hat ein länges video wir sehen uns morgen tschüssi papa ciao